hallo zusammen so da sind wir wieder mit der kleinen und beim gucken genau mussten ja vorne in die basis und kohor töten jawohl dann wollen wir mal die musik wie immer wenn man hier eine waltenbasis ist schicke musik los kommt gleich schon der erste ja eine quest nehmen wir mit 25 ohren von mietgebern der brennenden klinge machen wir wahr hier laufen ja genug um das geht schnell ja der bildung war macht mir ja gar nichts direkt in die basis ich brauche ein ziel ich fahre schneller um wie die fliegen hier ja das geht lang so so guck guck das geht lang ich glaube ich wollte schon sagen muss beide die was drauf so ich glaube er ist hier drin na den ich da brauche so ok Nummer 1 2 oh oh fuck so jetzt bin ich hier drin so ja na mal schauen hier ist nix da geht's da rein aber ich würd sagen wir machen erstmal den hier wir machen erstmal den hier dann vermessen den dann vermessen wahrscheinlich kommt der andere vielleicht von hinten mal sehen da ah 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 Jawoll, Stufe 37. Schattenmagier, komm her. Ich dachte, er wäre hier drin. Das ist ja wahrscheinlich eine andere Basis. Gehen wir mal hier wieder raus. Wupp, wupp, wupp. Laufen wir einmal hier lang. Dramatische Tode hier. So, wo ist der Nächsten? Da ist der Nächsten. Das ist eh gleich oben. Da ist ein Buff drauf. Ihr merkt, ich habe die Musik lauter gestellt. Ein bisschen dramatischer. Ja? Was habe ich denn da jetzt drauf? Teufelsblut. Ja, komm her. Wir stapeln. Ja, kriege ich ein bisschen mehr, Aua. Wo ist denn der? Noch weiter unten. Na, gehen wir nochmal raus. Läuft der draußen rum, oder was? Wo läuft denn der rum? Da muss der draußen... Ach, der steht draußen. Was ist das? Achso. Jetzt schauen wir mal, wo er ist. Ach, da unten. Soll er irgendwo rumrennen. Ein Löchchen. Da ist er. Guten Tag. Gibt es da jetzt wieder rein? Gibt es da jetzt wieder rein? Gibt es da jetzt wieder rein? Oder muss ich hier... Kann ich hier unten rein? Ich gehe aber mal hier rein. Äh... Wie Sie sehen, hier ist nix. Gehen wir wieder raus. So, ja, dann reiten wir wieder hoch. Ah, da ist er wieder. Dich will ich nicht nochmal töten. Ach, wie ein Pferd am Tor schuldet hat. So, zack. Da brauchen wir natürlich noch eine. Genau hier drin. Ah, das waren ja genug. Okay, ich denke mal... Da... Da... Räumen wir erst mal ein bisschen auf. Oh, ich glaube, ich stehe ihn nicht da noch runter. Oh, ich glaube, ich stehe ihn nicht da noch runter. Das hat ein bisschen lauter gebraucht. So, okay. So, jetzt mal ganz kurz... Im... Sound... Musik... Da. Oh ja, besser. So... Mal gucken. Wuppuppupp... wenn man steht einundsechzig komm her, Lady immer ja raus aus der einen tür raus in die nächste tür rein ach Gott da stehen ja noch zwei was vergessen jawoll hier nochmal rum hier hier Ach, da sind wir noch mehr. Dann sind wir noch ein paar Bafs. Oh, wie schön. Oh, hier hätte ich aber auch noch ein paar Schädel bekommen. So, aber eben noch den Raum frei. Okay, das wäre ein bisschen einfacher als mit dem Kampf. Da hockt auch noch einer. Uh, teufelisches Blut. So, jetzt müssen wir hier die... die Totenköpfe... sehen wir aus wie eine kleine Hexe. Hallo. Tum' mal schnell noch einen. Ich musste mal eben einen Squidshot davon machen. Tut mir ja leid. So. Und... wieder raus. Hä? Falsch rum. Ich glaube, ich laufe krank jetzt schon. Ich mag die Gestalt. Dämonenhexe. Sag mal... Sag mal... Wo bist du denn hier? Ja, ich bin jetzt einmal rumgelaufen, glaube ich. Ja, hier ist der Ausgang. Manchmal, ne? Aber zum Zugrücken... So, die Quest müssen wir jetzt eigentlich da oben abgeben. Ich würde aber sagen, wir reiten erst zum Turm rüber. Und dann fliegen wir. Ja. Locker bleiben. So, dann machen wir einmal einen Bogen hier rum. Ne, weil es wäre ja jetzt blödsinnig, wenn ich schon mal den halben Weg habe. Wenn ich jetzt wieder zurückreiten würde, um das Ding abzugeben. Und dann wieder losziehe. Ne, ne, ne. Ne, das machen wir nicht. Huh, der Vogel ist... Mit dem wollte ich jetzt nicht kuscheln. So, da. Ein Gürteltier. Gürteltier. Spinne. Ach, die Dschungelmusik, ne? Ne, jetzt habe ich ihn doch gepullt. Er macht ja nix. Na! Welches Stück, du? Das ist nur, weil ich das Kraut mitnehmen will. So, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Da ist ein Räudelager. Ich habe die Angewohnheit, da ich beides spiele, gerne mal in diese Lager reinzurennen. Das tut dann immer schön weh. So. Hier ist einmal der Punkt, wo wir hin sollten. Da ist der Turm. Dum, 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 dum. Dann gehen wir erst den Flugpunkt holen. So, Hallöchen. Hallo? Wollte ich gerade sagen. Will, dass ihr mit ihr sprecht, wenn ihr bereit seid, die Bedrohung durch die Naga näher zu sehen. Okay. Okay, zeige ich mir die Bedrohung. Ach, guck mal. Ein Rundflug. Na, dann wollen wir mal. Ach, da unten steht der andere Questgeber. Der Nagi steigt weiterhin stetig an. Ui, ist ja jede Menge. Guckt euch das an. Der Kataklysmus hat das Land hier geteilt, was der Naga erlaubt, sich Land einwärts auszubreiten. Okay. Weil ich Priesterin von Asshara. Ah, ist sie vielleicht ihre Anführerin? Okay. Schade, dass sie selber nicht redet. Finde ich manchmal ja besser. Entschuldigung. Wo willst du hin mit mir? Die Insel Ranasia. Okay. Das Wasser selbst erhebt sich. Okay. Das ist Lord Hydronis. Er erhebt sich, um gegen sie zu kämpfen. Aber warum? Viele Fragen, weniger Antworten. Ja, das stimmt. Oh, da ist alles verbrannt. Sieht ja schon anders aus. Sieht ja schon anders aus, muss ich ja mal sagen. Okay. Was ist das? Ein Königsblut. Oh, dazwischen. Okay. Gehen wir mal die Quests wieder ab. Ihr wollt sprechen? Haben wir doch gerade. Sammel. Okay. Sammel 10 Zackenkamp-Knochen von Naga der Zackenkirne. Und dann gucken wir uns dabei die schöne, trockene Gegend an. Bei, wenn man so guckt, rechts wird es ja grün. Das ist auch durch den Kataklysmus passiert, dass wir hier jetzt alles grün haben. Das war ja vorher nicht. Das sah ja hier überall so aus. So. Ich bin nochmal gespannt auf die Quests, die da kommen werden. Weil es hat sich ja alles geändert. Und ich war seitdem, glaube ich, hier. War ich hier seitdem wieder Questen? Ich glaube nicht. Ciao. Guck mal, was uns hier erwartet. Und nein, nicht was erwartet. Kann ja gleich mal verkaufen, reparieren, entzaubern. Ehre dem König, Freund. Die Köpfe zusammenstecken, okay. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Ring, Rücken, Finger. Das gibt nur einen Hals. Einen Hals habe ich ja schon an. Mach ganz. Siehe den Ehren, Freund. Das Licht sei mit euch. So, was wir zaubern. Ein Satz, Hals und Ohren. Das Licht segne euch. So, dann mal abgegeben. Gehen wir mal zu ihm hier. Wie ihr seht, ihr seht, habe ich ja schon einiges wieder angesammelt hier. Ich müsste eigentlich mal in Sahagin. So. Schauen wir mal. Die leeren Fiolen. Das Sekret kann weg. Die graue Robe. Federn. Nein, die heben wir jetzt nicht auf. Das brauche ich auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Das Blut. Blut musst du mal früher sammeln. Gott, das war eine elendige Farmerei. Das sage ich euch. So. Das war es schon. Da müssen wir mal gucken. Kann sie das gebrauchen? Schulter. 31. Gott. Jo. Oh. Na. Jetzt hat er es doch entzaubert. Na, egal. Er sollte eigentlich, sollte ich, sollte er die rüberziehen. Ich hatte leider beim Folgen. Naja, es ist nicht so tragisch. Äh, hier. Blond. 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 Manchmal. So. Gucken wir mal. Können wir noch ein paar Kräuter zusammensetzen? Haben wir schon genug gesammelt? Äh. Hier. Königsblut. Und wild. Wildstahl auch. Gucken wir mal ganz kurz. Wie hoch der... Na, der Kräuterskill reicht fast, aber... Kräuterkunde reicht nicht zum Weiterlernen. Gut. Okay. Ähm, ich würde glatt sagen... Entschuldigung, einmal auf dem Desktop gelandet. Ähm, ich würde glatt sagen, wir machen mal ganz kurz Cut hier. Ich gehe ins Arsch, mache mal alles rein. Da müsst ihr ja nicht unbedingt mitkommen. Und danach sehen wir uns am Turm gleich wieder. Also, bis gleich. Und dann sehen wir uns am Turm gleich.